Die junge Mutter Laura möchte ihre Vergangenheit endlich hinter sich lassen und zieht mit ihrem siebenjährigen Sohn Cody in ein abgelegenes Haus an einem idyllischen See. Doch schon in der ersten Nacht im neuen Zuhause wird Cody von einer unheimlichen Kreatur heimgesucht. Eine merkwürdige Kraft scheint es auf den Jungen abgesehen zu haben. Als sich die schrecklichen Ereignisse häufen, muss sich Laura ihrer Vergangenheit und ihrer größten Angst stellen. Monstress stammt aus dem Jahre 2022, hat eine Lauflänge von ca. 88 Minuten und eine Freigabe ab 16 Jahren. Christina Ricci spielt die Hauptrolle, die liebevolle, sorgevolle Mutter, die sich um ihren Sohn kümmert, vor ihrem Ex-Mann flüchtet, der die beiden misshandelt hat. Und ich muss sagen, mit ihr steht und fällt der ganze Film. Aber sie macht ihre Sache hervorragend. Eine bessere Casting-Wahl hätte man hier gar nicht treffen können. Sie trägt den Film von der ersten bis zur letzten Minute, durchlebt ein Wechselbad von Gefühlen. Sie ist zum einen stolz auf ihren Sohn. Sie geht ganz liebevoll mit dem Sohn um, kümmert sich um ihn, spielt mit ihm, organisiert eine Geburtstagsparty. Sie leidet aber auch mit dem Sohn, mit der nicht viel Anschluss zu finden scheint in der Schule und kaum irgendwelche Freunde hat, der von Ängsten geplagt wird, der nachts aufwacht und schreit, Mama, da ist ein Monster draußen vor meinem Fenster. Und wir kennen das dann alle aus unserer eigenen Kindheit. Wenn wir Albträume hatten, wir haben nach unseren Eltern geschrien, wir haben uns unter der Decke verkrochen, als wir Angst hatten. Das war dann unser Refugium, unser Rückzugsort. Und so sieht man das dann auch in diesem Film. Man kann sich mit einigen Sachen sehr gut identifizieren und sich auch in die Charaktere hineinversetzen. Schade ist es, dass der Junge, der hier gecastet wurde, Santino Barnard, jetzt nicht der allerbeste Jungdarsteller ist. Vor allem zum Schluss hin merkt man das, dass es dann doch etwas abfällt und er in seinen schauspielerischen Möglichkeiten leider doch etwas begrenzt und limitiert ist. Aber Christina Ricci holt das Ganze heraus mit ihrem Schauspiel und sie ist wirklich ein ganz großes Plus dieses Films. Ein weiteres großes Plus dieses Films ist das Setting, dieses 1950er-Jahres-Setting. Ich mag solche Filme. Damals hatte alles irgendwie einen ganz anderen Stil, aber auch noch Stil. Angefangen eben von den schicken Autos, den Klamotten, die Frisuren, die Musik auch. Auch die Musik hier in dem Film, ein weiteres ganz großes Plus, hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Der Einrichtungsstil im Haus gefällt mir auch super. Die Tapeten und wie alles gestaltet ist und alles muss perfekt sauber sein. Man hat ja damals eben auch dieses Bild gehabt, dieses Frauenbild von dieser perfekten Hausfrau, die das Zuhause komplett sauber hält. Stritze, strahlend, blank und alles muss symmetrisch und sonst wie aussehen. Und das sieht man dann auch in der, oder einer der ersten Einstellungen des Films, wie die Kamera schwenkt von ihr, die gerade den Abwasch macht, dann rüber auf das Haus, auf den Tisch. Und da steht alles super synchron und symmetrisch zusammen. Und die Kamera fährt auch so perfekt darauf zu. Und das ist wirklich, wirklich toll gelungen und in Szene gesetzt. Auch die Kamerafahrten in diesem Film, die Kameraarbeit im Allgemeinen, die Bilder auch. Auch absolut großartig. Man merkt, es war kein großes Budget hier zur Verfügung. Aber für das haben sie das wirklich erstklassig und überzeugend auch rübergebracht, dieses Setting dann immer wieder versucht, mit den Erwartungen des Zuschauers zu spielen. Am Anfang denkt man so, es handelt sich hier um eine Art Spukhaus. Immer wieder wird von draußen das Haus in Szene gesetzt. Zum einen bei Tageslicht und zum anderen dann in der Nacht wieder, wo dunkle Schatten von den Ästen und Bäumen auf das Haus herunterfallen. Und man denkt so, ja, okay, das geht jetzt so in diese Richtung. Spukhaus, auch der Babadook oder so. Da fühlt man sich ein wenig daran erinnert, aber der Film nimmt eine komplett andere Richtung dann ein. Und da merkt man dann schon, wenn man sich die ganzen Kommentare durchliest, die Bewertungen bei Letterboxd oder IMDb. Ich habe den Film jetzt bei Letterboxd in mein Tagebuch eingetragen und war doch erstaunt, wie schlecht der teilweise bewertet wurde. Auch bei IMDb, als ich dann mal nachgeguckt habe, gibt es sehr viele eine Sterne, zwei Sterne Bewertungen. Aber ich denke mal, hier haben alle etwas komplett anderes erwartet von diesem Film, als er letztendlich ist. Man muss sagen, der Film ist da aber auch schon ein bisschen selber schuld. Oder sagen wir mal dieses Plakat, dieses Kinoplakat oder auch das Plakat der Blu-ray. Weil es gaukelt einen so ein bisschen vor, als würde es sich hier um einen Monster-Creature-Film handeln. Aber das ist der Film absolut nicht. In der Mittelfase gibt es so ein, zwei Szenen eben mit diesem Monster, mit dieser Kreatur. Aber der Verlauf des Films entwickelt sich dann doch vollkommen anders. Und er behandelt ein Thema, das richtig tiefgründig ist und einem richtig im Halse stecken bleibt. Aber da muss man dann sagen, zum Schluss hin, da hätte es ruhig etwas erdrückender sein können, aufgrund der Thematik des Films. Da hätte man durchaus noch etwas mehr rauskitzeln können, ohne irgendwie großartig hier auf die emotionale Tränendrüse zu drücken. Aber das Thema ist schon schwergewichtig, möchte ich mal sagen. Und ja, etwas ganz anderes, als man im ersten Moment vermuten mag. Und ich denke, viele haben da eben so einen Super-Horror-Creature-Film erwartet, äußerst brutal, ein Mix vielleicht noch mit einem Slasher-Film oder so. Aber das ist der Film über, über, überhaupt nicht. Dennoch ist der Film sehenswert, meiner Meinung nach, trotz seiner Schwächen, wie zum einen eben der Kinderdarsteller, das ist nicht der Beste und eben, dass er mit den Erwartungen spielt und kein Creature-Horror-Film ist, wie das die meisten jetzt erwarten würden. Dennoch hat er so viele Sachen, die sehenswert sind, allen voran Christina Ricci eben und dieses Setting. Also das hat mir wirklich auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und zum Ende hin muss ich sagen, lasst euch nicht von den Bewertungen täuschen auf IMDb und auch auf Letterboxd, aber lasst euch auch nicht von diesem Plakat täuschen. Also es steckt was komplett anderes dahinter, als ihr erwarten würdet. Und das ist doch das Schöne. Und das möchte man doch auch mal entdecken und überrascht werden. Also in diesem Sinne soll es das gewesen sein mit meiner Kritik, mit meiner Kurzkritik zu Monstrous mit Christina Ricci. Guckt in die Videobeschreibung, da verlinke ich euch den Trailer und weitere Informationen und da könnt ihr euch dann noch ein bisschen mehr einlesen oder reingucken, sofern ihr denn möchtet. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus. Gut Yum! Gut Yum! Gut, dasit quindimatаем. Gut, dasit sehr hilft, gutС Mindennende. Gut, das Kurt argans. Gut, dasillas. Gut, das ist gut, damit wir bajen und derlichsteCom 예�obiademystungen. Gut. Vielen Dank.